Hallo und herzlich willkommen bei Scootertouren. Mein Name ist Günter Wimme und wie immer zeige ich dir alles, was du zum Thema Reisen mit dem Motorroller wissen möchtest. Wie komme ich denn bitte schön zum Urlaubspunkt hin? Ganz einfach, für unsere Ausflüge kann man zwei Methoden wählen. Das eine ist das, was ich meistens mache, nämlich Freitagnachmittag auf dem Scooter sitzen, so schnell wie möglich, sprich mit der Autobahn zum Urlaubsan. Das andere ist, ganz gemütlich drinnen fahren und ja, die schönen Strecken verbinden, Kaffeepause einlegen, Eis essen, einfach herrlich Zeit haben. Nun, wer das hat, sehr schön. Ich versuche, beides zu verbinden, wenigstens auf den letzten Kilometern. Schaut rein, es gibt beide Methoden, beide sind gleich gut, aber wir wissen alle, welches die schönere ist und auf den Zeitpunkt im Leben freuen wir uns alle, wenn wir Zeit, Zeit, Zeit haben. Bis dann, macht's gut. Ja, Günther. Ausatmen G 봉de Ausatmen � Beetard Zauber Und ÖUnter�로 Vans